Bonjour! Ja, jetzt sind wir mal früh auf dem Bein. Wird hier langsamer Zeit. Richtig. Wir laufen jetzt gerade Richtung Bus nach Palma. Ihr seht seit so früh morgens richtig geiles Wetter. Echt schön, also super angenehm eigentlich hier lang zu laufen. Keine Gewalttaten wie in Frankfurt. Richtig. Alles harmonisiert hier. Das, was wir so mitkriegen. Wahrscheinlich werden die Vollidioten weggesperrt, solange wir hier sind. Oder wir sind die Vollidioten. Oder wir sind die Vollidioten und kriegen es deswegen nicht mit. Sitzt auch alle noch brav beim Frühstück. Das ist noch der Vorteil, dass die wirklich so dieses typisch... Aua. Diese Aua. Dieses Aua? Ja, Aua. Typisch Urlaub. Am Punkt sollen so viel aufstehen. Dann zum Frühstück, zum Strand, zum Mittagessen. Und es reicht schon, wenn ich so einen Punkt bei der Arbeit habe. Brauche ich das im Urlaub nicht auch noch. Am besten die Uhren fürs Leben stellen. Ja. Ne. Da haben wir ja gesagt, komm. Perfekt. Reisen wir nach Palma. Straßen sind noch leer. Super angenehm hier lang zu laufen. Ja. Auch noch nicht zu heiß. Die Bushaltestelle oder da, wo der Bus hält. Ich wollte gerade sagen, Bushaltestelle gibt es da nicht. Genau. Da habe ich mal gegucken, was das so kann. Ja. Und entweder wir melden uns im Bus oder in Palma. Beziehungsweise im Aquarium. Ja. Ich freue mich schon echt auf die Busfahrt auch. Mal mal zu gucken. Alles noch mal eingucken und so. Ja. 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 Dafür hat man ja leider nicht gesehen. Da ist ein Einödel und zerfallende Häuser. Hast du auch mal was? Was ich mir auf Mallorca nicht unbedingt vorgestellt habe. Aber okay. Doch, das ist überall. Also in vielen Gebieten so. Die haben so viel ungenutztes Bauland. Ja, ungenutzt ist ja das eine. Aber runtergekommen ist das andere. Ja. Bei vielen Gebäuden oder so lohnt sich das einfach nicht mehr. Na gut. Die einheimischen wurden verjagt. Richtig. Jetzt kommen nämlich wir. Jetzt sind die Deutschen da. Darf ich sagen, dann halten wir uns später nochmal. Sehen uns später. Ja. Und dann kannst du jetzt los gehen. Auf jeden Fall. Macht's gut. Bis später. Tschüss. Hallo. Ja, wir sind jetzt in Aqualand. Genau. Kurzer Zwischenstopp. Und dann geht's weiter für uns. Zum Aquarium. Ja. Sind wir echt mal gespannt. Entschuldigung. Kannst du dich mal bewegen? So. Jetzt geht's weiter. Und dann müssen wir auch bald da sein, denke ich. Jetzt noch sechs Minuten. Jetzt sind wir mal da. Genau. Und sind wir mal gespannt. Wir sind fahren. Genau. Ja. Wie spät haben wir es eigentlich? Tja. Ja. Was ist denn da? Irgendwas ist in deine Nase gekommen. Irgendwas ist in deine Nase gekommen? Ja. Irgendwas ist in deine Nase gekommen? Irgendwas ist in deine Nase gekommen. Halb elf gleich. Halb elf. Das heißt in sechs Minuten sind wir da. Genau. Dann haben wir ungefähr eineinhalb Stunden Zeit, um durch den Aquarium zu laufen. Weil wir drei Sekunden oder mehr losfahren. Achso. Stimmt. Weil wir halb elf haben. Drei Sekunden. Eine. Aber geht's dann nach Palma rein, meinst du, ne? Dann geht's nach Palma rein. Ich hoffe mal, dass das Aqualand nicht so groß ist, weil eineinhalb Stunden Schatt kommt und so ein Aqualand nicht. Ja. Guck mal. Lauf ich schneller. Auf jeden Fall. So, wir werden euch dann mitnehmen. Genau. Auf jeden Fall. Und. Bis später. Bis später. Bis später. Tag schön. Hola. So, wir sind jetzt angekommen. Genau. Sieht von außen auch sehr cool aus. Ja. Auf jeden Fall. Nach dem Plan, zeig mal den Planbuch. Foto aus. Das sieht auch ganz schön gross. Habe ich richtig rum? Ja, egal. Ja, aber hast richtig rum. Genau. Ja, und mal gucken, wie wir das erleben. Genau. Aber bisher sieht ganz cool aus. Ja. Also hier gibt's auch mehrere Bereiche. Genau. Mittelmeer, Pazifische Meer, Atlantische Meer, Sumpf oder sowas. Sumpf oder sowas? Sumpf oder sowas? Sumpf oder sowas? Ne, Dschungel. Dschungel gibt's auch noch. Mal gucken, was es da gibt. Gut. Und hinter euch natürlich lebt. Also hier haben wir schon im Wasser. Ja. Gut. Dann bis gleich. Macht's kurz. Tschüss. Adios. Nachstern. Dschungel. Lass's. Quat. Tuchofok. Dschungel. No. Dschungel. 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 Auf geht's. Gut aber voll. Alles sehr schön gemacht. Jetzt kommt da irgendwie so Hummerkram oder sowas gleich, sehe ich schon. Siehst du ruhig? Ah, du. Zahne oder so? Ja. 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 Man hat immer auch keine Zeit irgendwas zu gucken, weil man gar nicht zum Gucken kommt. Aber sonst echt mega. Sehr schön. Ja, sieht schön aus. Ja. 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 Na. Einfach schwimmen, aufschwimmen, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Mal auf den Nebofagier. Lauten sind wir zu hoch. Ja, ich bin das Nebofagier. Nebofagier ist es so schön. Nebofagier ist es so schön. Ich bin richtig, wie ich es hier bin. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist Rumi Oh! Jetzt kommt der Schmach vorne und ich bin der Patronik Ich bin der Sitz meiner Läste Ich bin der Sitz Ich bin der Sitz Ich bin der Sitz Wie soll ich einen Räubern sehen? Ich bin der Sitz Ich bin der Sitz Ich bin der Sitz Ich bin der Sitz Wenn wir die Sitz Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020